Ein-Hör-Spiel-Probe-Test-Aufnahme. Hier erfüllt die Stimme den Raum. Was? Was? Wa-wa-wa-wa-ting-ting. Was? Was? R-r-r-raba-dam-pam-pam-ting-ting. Uh! Erleck! Erleck! Mach umhut! Hey, Freunde, was ist? Gell? Dass du mehr Feinigstabricht da drüben, da drüben, da drüben, da drüben. Und du, wenn du mehr Feinigstabricht da drüben, mehr Feinigstabricht da drüben. Ich mach's feier, ich mach's feier, kocht einem weh und du, was ist mit dir? Ich mach' wieder küchen und du, du zeigst doch die Kind. Das find' ich auch gut, dass du unten zeigst und ein Musik machst. Oder dass du nur so billige Geschäfte annimmst, arbeitst, wo ich's amt hab', gell? Das macht mir nix! Ja, das war wieder eine live Übertragung. Natürlich live. Das ist ein dehnbarer Begriff. Live. Ich hab' schon mal gehört, live is live, gell? Also, gibt's dann doch keine Verwechslung. Weil, was soll anders sein? Live is live. Also, Leben ist Leben auf Deutsch. Und, das heißt, Sophie, dass es nur Leben gibt. Also, es gibt kein ein Leben oder zwei Leben, wo jetzt da das und das Leben ist. Was? Willst du mir erklären? Klar, schau, ich sag's dir so. Live is live. Live is live. Leben is Leben. Und, äh, tac, 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 balconi, banane, gell? Essen oder nicht essen? Spielt keine Rolle, weil nicht essen ist nicht essen! Und essen ist Essen, also. Leben is Leben. Live Übertragung? Egal von wo, ist ja nur jetzt live! Wann soll es denn dann das sein? Oh Gott, oh Gott! Oder schaust du Fernsehen und dann, hey, live übertragen! Jetzt ist es erst live! Und dann hast du die Kiste aus, weil es eh irgendwas ist, was dudel-dudel drückt, kämpf-kämpf, sport-sport, küsst-küsst oder was auch immer. Live! Leben! Ja! Ja, mal! Banane! Banane! Es könnte ja sein, dass alles voller Rauch ist auf einmal, weil es so brennt, dass du nichts mehr siehst und dass du nicht mehr atmen kannst, bestickst, Rauchvergiftung, kriegst nichts mehr mit, Koma, Bewusstlosigkeit, also, du schaffst es gar nicht mehr raus aus der Wohnung, oder ich meine aus dem Void, oder aus der U-Bahn, oder aus dem Zug, aus dem Bus, irgendwie aus der Gondel, oder, keine Ahnung, es könnte ja auf dem Vulkan sein, da raucht es so, alles dicht, und dann, schaust du, wie du tot bist, da liegst du an Torten, sagst nichts mehr, hörst nichts mehr, verstehst nichts mehr, brauchst nichts mehr, musst nichts mehr, dann ist aus, und du schaust nur, und du siehst nichts, weil du tot bist, hörst nichts, siehst nichts, riechst nichts, schmeckst nichts, bist nichts, musst nichts, kannst nichts, hast nichts, und, wie lange glaubst, wollen wir gar nicht drüber nachdenken, wann es dann, doch endlich an der Reihe ist, die U, Rübe ab, keine Ahnung, Rübe dran, Herz weg, Hode weg, Zahn weg, keine Ahnung, Arm weg, Gericht weg, Gesicht weg, Gedicht weg, Welt weg, Universum weg, was bleibt übrig, nur die Stimme, live, jetzt, übertragen, eingefahren, reingehört, mitgehört, durchgehört, angehört, weggehört, zugehört, hör zu, hör nicht zu, was auch immer, pfff, jetzt drück dir mal den, den Stopknopf, beim Aufnahmegerät, okay, also, haben wir uns, oder haben wir uns nicht, gerne, auch da ins, gäh, geht ja nur um live, 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 live.